Wie RTL aus Polizeikreisen erfuhr, starb der 45-Jährige am Dienstag. RTL-Recherchen bestätigten diese Information. Die Hintergründe zum Tod des Sängers und Schauspielers aus Köln sind noch unklar. Jetzt äußert sich das Management seiner Frau Jasmin Herren, 42, gegenüber RTL zu den schrecklichen Nachrichten. Jasmin Herren steht total unter Schock und benötigt ärztliche Betreuung. Im Sommer 2019 nahm Willi Herren gemeinsam mit seiner Ehefrau Jasmin Herren bei. Das Sommerhaus der Stars teil. Doch das Liebesglück der beiden zerbrach. Im März 2021 machte Jasmin das Liebeshaus öffentlich und sprach vergangene Woche zum ersten Mal zum Ehe aus. Jetzt der große Schock für Jasmin. Ihr Mann ist tot. Aktuell ist Jasmin nicht in der Lage selbst zu sprechen. Zu tief ist der Schmerz über den Verlust ihres Ex-Mannes. Über ihre Managerin lässt Jasmin gegenüber RTL mitteilen. Jasmin Herren steht total unter Schock, benötigt ärztliche Betreuung und ist überhaupt nicht in der Lage, sich zum Tod ihres Mannes zu äußern. Jasmin Herren hat die Nachricht über den Tod ihres Mannes von ihrem Management bekommen und nicht wie erhofft aus dem Umfeld von Willi. Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren und ist über die Nachricht hin zusammengebrochen und wird gerade medizinisch betreut. Die Polizei fand auch den letzten Anruf und die letzte SMS auf dem Telefon von Willi Herren. Derzeit wurde der Inhalt dieser Dialoge jedoch nicht bekannt gegeben. Wisse nur, dass es etwas mit seiner zerbrochenen Ehe zu tun hat. Bitte folgen Sie uns, ich werde die aktuelle Situation in diesem Fall ständig aktualisieren. Bitte folgen Sie uns, ich werde die Nachricht über 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 die